Nummer 6 Natürlich in Hardcore, meine lieben Friends Und willkommen zum Minecraft Hardcore Nummer 6 Ja, ne, los geht's Rune Portal direkt Wir spielen wieder mit dem schön Stevie Rune Portal, zwei Goldblöcke, feiere ich Wie Birken, mag keiner Oh Junge Danke Schnell craften Zack Bam, zack, bam, zack, bam, zack, bam, bam Kohle Kann ich gut gebrauchen So, jetzt machen wir so und so und direkt Stein Geht um ein Vielfaches schneller Zumindest haben wir einen Ofen, Schwert, Axt, Schaufel Äh, Axt, Schaufel, Schwert und Ofen Ja, ich weiß, das war jetzt nicht so schön schnell Aber wie nix Eigentlich brauchen wir schnell wie möglich Eisen Äh, um das Rune Portal Ja, um die Goldblöcke, Goldblöcke abzubauen Oh Wir können's direkt completen, Digga Oh Äh, was zum Nein, Protection möchte ich bitte Äh, also wir können's fast completen Ich mein, ich könnte jetzt nicht nachkommen Mit Stein Wie lang dauert das Ungefähr Hat sich da irgendwas gerührt Ah ja, ein was Wie lang dauert das? Hat das gar nicht so lang gedauert, wie ich dachte Ich mein, ich würde da jetzt gerne reingehen, ne? Aber noch ein bisschen ungünstig Jetzt mal, wieso hatte ich nicht vorhin direkt ne Hose an? Ich brauch nur Essen Viel Essen Während das hier brennt Brauch ich noch mehr Ich brauch Eisen Weil ich denk mal Für Dinge hins wäre es nicht gerade schlecht Für ein Lädter Eisenzeug zu haben Oder generell Oder generell halt ne Eisenpicke wegen dem Gold Am besten wär's Wenn wir gleich noch ein Lädter fest tun Da bin ich zwar bisher immer draufgegangen Am besten Wirklich Anstrelier Ich will Sägen Also Die Bitte Alle Aktuell Wirklich Easy. Noisen. Jo. Mach mal ein bisschen langsam. Ah String für den Boden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Herr Specht. Immer mitnehmen. Ah Moin. Jetzt bin ich schon hier unten bei Deep Slate. Moin. Sag mal, bist du dumm oder tust du nur so? Also, für eine Eisensutzung haben wir genug. Kann ich eh nicht abbauen, ich schlaumeier. Wo ist meine Crafting Bench ernsthaft? Da oben gelassen. Anscheinend schon. Jo. Machen wir halt noch einen Ofen. Und brennen hier drin jetzt Eisen. Machen wir da mit einer Eisenpicke. Der kann es mal aufhören. Wo kam der denn her? Okay, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Daumen nach oben und ein Abo da und wir sehen uns dann bei Hardcore 7. Oder was weiß ich. Ah, belastend. Naja, bis zum nächsten Mal. Bei irgendwas anderem. Tschüss. Jetzt hätte ich mich trotzdem interessieren, wo ich hinkomme, wenn ich hier durchgehe. Hm. Ein Spawn bei den zwei beschissensten Biomen, die man sich im Netherlandow wünschen kann. Und dann... Und dann... Ja, Moment, ja. Slash... Locate... Fortress. 700 Blöcke weit weg. Da geh ich jetzt hin, bevor wir alles... Ach, du heilige Scheiße. Mhm. Also 122... Nee, 122... Oh. Einfach nur hier durch. Sind zwar die zwei beschissensten Biome. Aber, äh... Chillig, hier werden nachkommen. Naja... Und hier wäre eine Bastion gewesen. Ach, komm, Digga. Wieso ist der Loot nicht generiert, wenn ich hier gerade war? Wieso kann ich die Steuerung A drücken? Ist belastend. Junge. Wieso sterbe ich bei Lucky Dingen? Ja, gut, die Bastion wäre jetzt echt scheiße. Scheiße gewesen. Weil das nicht mehr so ein Goldraum, aber... Ah, doch. Hier oben ist so ein Goldding. Aua, Junge. Was da ist direkt in meine Fresse gespawnt? Wieso... Ich hab keinen Plan. Wieso ausgerechnet, wenn ich mein Lack habe? Direkt am Anfang und so. Ah... Wenn ich mein Lack habe, dann wird's nix. Das nächste Mal mach ich einfach eine Hardcore-Welt, wo ich versuche, was Tolles aufzubauen. Das ist einfach Hardcore-Welt. Chillig. Ja, jetzt aber tschüss, Alter. Kotze doch. Kotze... Dich doch an. Dich doch an. Bis zum nächsten Mal.